Guten Abend, Christine. Entschuldige, aber ich muss hier sitzen. Der Tisch wurde mir zugeteilt. Ja, schon gut. Ich suche mir einen anderen Tisch. Christine, kein Skandal. Außerdem will ich mit dir zu Abend essen. Na schön. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt. Ja, habe ich. Senor, als Vorspeise nehme ich einen Krabbencocktail, einen gemischten Salat, dann Eisbein mit Sauerkraut. Du hasst doch Eisbein mit Sauerkraut. Ich hasse Eisbein mit Sauerkraut nur, wenn ich gezwungen werde, es zu essen. Wenn ich selbst ein Verlangen danach habe, nicht. Oh, Freddy, du bist wie ein trotziges Kind. Das bin ich eben nicht. Ober, ich will das Eisbein mit Sauerkraut und zwar ein bisschen plötzlich. Es ist herrlich hier draußen. Sehr romantisch. Christine, ich... Ich will nicht, dass du heute Nacht wieder in der Badewanne schläfst. Wir können doch zusammen in einem Bett schlafen. Ich werde auch nicht niesen. Gut. Ja. Pass auf, geh du schon in die Kabine vor. Ich hole uns noch schnell eine Flasche Pfefferminzlikör und ein paar Aspirin für morgen früh. Ich hole mich. Ich hole mich. Danke. Danke.